Wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen. Und wenn wir einmal nicht gewinnen, dann weiss ich, dass ich mutig mein Bestes bin. Wir als FC St. Gallen sind mega stolz, dass die Eröffnungsfeier der National Summer Games hier in unserem schönen Stadion stattfindet. Und dass wir somit ein wichtiger Teil dieser Special Olympics Veranstaltung sind. Höchstleistung. Freundschaft. Respekt. Dies alles sind Werte von Special Olympics, der weltweit grössten Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Wir lieben den Sport. St. Gallen mit allem. Ach 넓. St. Gallen. St. Gallen mit allem. St. Gallen mit allem. St. Gallen mit allem. Vielen Dank.